Es geht weiter. Marie ist da! Don't open it! Er geht wieder nach Hause. Bitte was? Wieso habt ihr keine Sterne bislang? Es läuft nicht so einfach. Manchmal muss man halt Schmalspuren hinterlassen. Ey Marie! Ey Nico! Der Affe macht das jetzt hier. Na klar, er hat so lustig Geld auf Kralle. Bingo Bongo ist das. Hat der Affe euch ausgenutzt? Nein, die sind selber so schlecht. Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Wievielte Runde ist das? Zehnte. Fünfte oder vierte? Ich mal. Das ist die fünfte. Ey Leck! Hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ich kann nicht mehr spielen. Warte, warte. Schön mit Dori dippen. Das leichteste kriegt er. Ob das so leicht ist. Ich muss mich sogar anstrengen. Dann wird das schon mal nix Moritz. Ich weiß gar nicht wann ich genau drücken muss. Ey Matisse da! Das hat er jetzt mit Lamp bekommen ey. Es wird schlimm mit Haze Schlaganfall. Oh fuck. Ey immerhin. Kann auch taktisch klug sein. Ja. Oh yeah! Da freut er sich, der Wario. Oh nein bitte nicht. Schön erstmal. Picture imperfect. Picture imperfect. Ja das kenn ich. Das kenn ich. Das ist mit dem Gesicht glaube ich. Jawollo. Jawollo. Ja der Wiggler. Der Wiggler. Der Wiggler. Maze. Passt nicht fertig. Ich war jetzt einfach so. War ich so. War ich so. Sieht geil aus. Shit. Meiner hat ne Schleife. Ist einfach ne Dame. Es ist einfach so schlecht die Nase ist falsch. Ist ne wunderschöne Dame geworden bei mir. Meiner ist stoned. Ey Wario ist richtig gut muss ich sagen. Ist schon. Ist einfach ne weibliche Version weißt du. Ey Luigi. Ey wieder gay Luigi. Ey guck mal wie er cheatet weißt du. Er wartet ab bis lag. Ey wie er gewonnen hat. Boah wie er einfach perfekt gewonnen hat. Das ist ja langweilig. Na ihr luschen. Ich hab zu 30 Punkte. Na ja soweit. Ey ich dachte man sollte das somachen dass er menschlichsten aus Hold on gesehen hat. Und David willst es mich nichtbild? Ey guck mal Mario an ey. Seh. Ach ich bin dran. Und wer würfelt denn nicht? Ey Happening. Also ich bin raus bei dem Spiel. Ich werd jetzt nur noch euch abfangen. Nein. Ich werde jetzt die ganze Zeit von Vario die Münzen klauen, das ist schön, er will die Kohle, er will sich richtig bereichern Der Münz, nein, der Münz, ich kriege da Betrug, was ist das denn, ey was ist das denn, ey hau Degen Wir sind aneinander gekoppelt, schön, schön Rektalverbindung Richtig bluten wirst du noch, ich hab das vergessen Borderball erst mal, oh nein, ich Borderball Ey wie geht das, ey wir müssen uns aufteilen hier, ne, ey guck wie knapp, ey, hast du gesehen Donkey, wie knapp, ne Hilfe Oh der Affe Was ist der Affe da, Luigi Guck ihn an die Schwuchtel Piss dich Das war mal leicht, hau Degen Und Vario Und Vario Ohne Luigi und Donkey, weißt du, hätte Vario doch verloren, ey Das war mal realistisch, ne Er wär auch da nur gegen einen gewesen Ja das stimmt, aber ist ja egal Weißt du, drei müssen oben stehen und einer muss hochkommen, ey, das wär geil Geil Kannst du runterlaufen und die boxen einfach Do you like to study? No Study Two items Boah Boah Geil Wer ist der Schlüsselmeister hier? Ey, jetzt ne 1 Ich glaub's nicht Ey, ich weiß, ob ich diese Runde fertig Hashtag behindert Ey Chance Time, ich geh jetzt nur noch auf Chance Time Boah, 77 Happening Star Tschüss Hat sich erledigt mit Chance Time Moritz Chance Time Ja, 1, 1 So nicht Hä? Äh Geil Was zur Hölle, das geht doch Alle gegen Vario Crazy Corks Was ist das für eine Runde? Title Toss Das war, oh nein, Title Toss, ich weiß sogar noch was das war, ja Ey, was ist das denn? Geht das? Hilfe, ey Wie geht denn das? Ey, wie geht das? Gott, nen scheiß Skeleton Key, das ist ja schrecklich Ey, ich bin gleich weg Boah Ey, ich bin weg Ich auch, ey Mario Ist er was gegeben? Ey Boah, Mario, er zeigt wieder, was er der beste Springer ist Boah Ey, jetzt gib alles Ey, wie hat das Vario gemacht, ganz ehrlich? Ich weiß auch nicht Ja, ich hab's jetzt auch ein bisschen zu tricksen, aber Nico war zu gut Weißt du? Jaudegen, wir abdecken Jaudegen Und Mario Abdecken, guck mal rüber Jaudegen und Nico Ich weiß auch, Hündchen klärt Hündchen klärt Hündchen klärt Was ist das denn? Wer knabbert da was am Abend? Ich bin's nicht Schön für die Knusperfreunde, Hendrik Mit zwei Das war keine zwei Wer knabbert da am Abend, Alter Ey, geh nach oben Nach oben? Oh, Battle, komm schon Ey, schön Egal Schön 80 Münzen Boah, ich bin in dem Spiel Oh, feiert ab Ey, noch mehr Münzen Boah, ich bin in dem Spiel Oh, feiert ab, ey Oh, feiert ab, ey Ah Na gut, ich hab ja nicht so viel Doch, ich hab eine Konzentration Ist das tatsächlich wahr? Oh, feiert ab Das ist Mario M Das ist Mario M Was? Hä? Ich war da Mario ist zu fett Hey Das sind nur schwere Knochen Ey, und wer? Die Kaffe ist zu fett Oh, Mist Ey, Luigi cheatet erstmal da Total Luigi ist nicht fett Doch fett am sterben ist er Der kleine, diepe Italiener Ey Boah Au Au I think the fire is calling winner Was? Gejinxed Ey, Mini Spielstern Ey, Nico hat gewonnen Prost Münzen 21 Münzen, ich hab Gewinn gemacht 49 Ich nicht Schmeckt mir nicht Weißt du Over the top, ey Ey, 7? Warte Ey, hey, wie ist die Stimmung hier? Ticke zacke, ticke zacke Ey Recht Richtig Ey, warte 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 Ja, warte doch mal Er hat schlau'n 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 Jut Die Brüder Er hat schlau'n Was ist das denn? Was ist das denn? Oh nein, nicht River Raiders Oh, das ist das dümmste Spiel überhaupt Indeed, indeed Ja, ohne Mist Dann könnte ich mal wenigstens bisschen Geld machen, das ist schön Ich find's gut Oh, ohne Mist Ich bin in der Mitte Ey, genau wie bei Aladdin Ey, jetzt wie Aladdin Er hat schlau'n Er hat schlau'n Er hat schlau'n Ey, Hündchen alle gut gemacht Welche Zahl ist zwischen 14 und 16? Sweetini 15 Wie er hinter ihm gelacht hat Sweetini 15 Ey, wer knuspert da am Abend? Was macht der? Er dreht vollkommen am Rad Ich weiß, was er will Er wollte ein Item frei haben Richtig, ich hol'n Weißt du, ich hol'n Item frei Butter, Butter Also, ich krieg' das Butter, Butter Also, ich zeig' dir jetzt wie's geht Peanut Butter Ich hol' mir den goldenen Felix Ey, den hol' ich mir jetzt Huh Tom Selleck bin ich ja Los, Tom Selleck Boom! Ein Goldpilz Welcome to Japan Mr. Baseball Wie geht man eigentlich auf Klo? Was ist das für eine Toilette? Weißt du, dann kommt er schwarz Und zeigt ihm das jetzt mal Ey, warte, ey Ich entschuldige mich Dann entschuldige dich Erstmal Latzen, ey, so Nein, 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 nein Muss da erstmal seinen behaarten Dödel in mich reinstecken Hilfe! Muss erstmal was Frohes werfen Oh, passt! Oh shit, er wird geraped Er wird geraped Mein Plan ist auf Wiggern Wiggern Kann sich auch noch eine Magic Lab kaufen, alte Verrecker Auf deine Kosten, Junge Oh, weggeraped Wiggel, 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 Wiggel Wiggel, Wiggel Das ist die schlimmste Runde, die ich je gespielt habe in Abstand Und er hat 50 Münzen Oh shit, ey, wo hab ich noch mal Glück gehabt? Hätte er eine 10 gehabt, hätte er mich auch noch weggeraped Dich noch weggeraped, äh sogar War geplant von mir, ne? Immer nicht mehr aufzuhalten Das ist seine Runde Guck mal, die anderen haben auch Schlüssel, ist auch gut Er kann einen Stern klauen Ach, hat der gar keiner? Oh, das geht ja gar nicht Boah, da hättest du noch deinen Arsch retten können Jetzt nicht mehr, ey Ey, weil du die Läden hast Ja, es ist mein Ey Marie, der ist sauer, er ist böse zu mir Aber zu Recht oder nicht? Ne, zu Unrecht Das werde ich sehen, wenn ich das Video gucke Ja, wirst du sehen, ey Ja Aber was ich dich richtig hinter's rückst, hat er mir nen Dolch in Rücken Stimmt überhaupt nicht Ja Treadmill Grail Ja Treadmill Grail Treadmill Grail Treadmill Grail Egal Danach ist erstmal Schnee Ende mit der Folge, haha Was war die Frage des Tages? Nochmal Das war das mit Tom Selleck Achso, ja stimmt Was hält Marie von Tom Selleck? Kann ich nicht, wer ist das? Wie bitte? Okay, ich beende die Aufnahme Danke für den Weg Oh man Alle cheaten Ja du Bastard Kloppt euch Nein, danke Was macht Vasio? Warst du denn mein eigener Bruder? Ja Oh War in der Flamme War in der Flamme Wieder in der Flamme Richtig schlecht, ey Er war in der Flamme Hat auch jeder gesehen Hashtag War Luigi wirklich in der Flamme? Damit hab ich den Münchstern Er fuhr ihn auch schon beim Feuer, weißt du? Ja, für wie lange hat er Das war ja